so meine freunde herzlich willkommen zu einer neuen runde counter strike go live mit dem keine freunde dem gary und mir dem leub muss grad die neustand sollte gleich losgehen nur mal kurz die einstellungen noch mal das spiel von vorn freitreten das können wir noch mal versuchen wir sind doch office oder was ja meint noch ein ja dann sind wir auch gemeint um weil ich auch hier ist aber im Moment müde und ja das reicht spiel fällt ich glaube ich nicht dass die so einen blödsinn macht und wir spielen das wird alles hier so, ich wollte schon sorgen das wäre ja schon ganz schön krass ja mhm 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 fang auf der leichten Seite an Nächste hier aber gut wenn du schön viele Runden holst irgendwie leicht ja 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 das ist das wenn der wie auch feste mit ihm und sind das hat wieder grün zum zehnten marsch als würde dort kosten auch zwei shop sind durch der die du all bereit hast marina der hatte geholfen bringt ja schon mal scheiße die 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 Das ist vorbei. Lass uns das machen. Tod. Blank. Trainer. Kommt weg. Ich war dir auch durch. Ja, ich glaube auch schon wieder mehr. Oh je. Smokt da einfach eine Reihe noch. Smoken, dass die lange brauchen bis die bei euch sind. Erik, was hast du vor? Einer, zwei lang. Zwei gehittet. Ich weiß nicht, wo der letzte ist. 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 Ist das schon wieder? Ich weiß nicht, wo der letzte ist. Ich weiß nicht, wo der letzte ist. Ich weiß nicht, wo der letzte ist. Schauf hier. Den engen Quergang. Warum ist er da nicht umgefallen? Schauf hier. Einen Pferd. Einen Schuss. der war gerade irgendwo bei blank vor mir der war Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben alle Aim-Kill Queen back Ah, den erwischt Und da auf Feuer, Social Smoke, irgendwann rennt schon in den Rhein Smoke, throwing a flashbang Wo ist denn da der Drecksack? Na, wo ist er? Auf einem Schneemann? Auf einem Schneemann, okay Will ich den Diegel mit der anderen Welt? No, no Smoke Detect 9 now Smoke Direkt zu weit vor Wie oft noch, dass ich hier permanent sterbe? Dann Kille sie das Modestürb Und von irgendeinem angeschossen Der Baris geht mir um so'n Sack, der rennt mir die ganze Zeit vom Kreuz rum, ey Oh, okay Oh, okay Oops, sorry. Ich muss raten, es passt okay, damit wir auf die Geisel laufen. Nö. Nö. Achtung, Ronny, Achtung, Achtung. Wo stand der? Am Spawn hinter dem Polizeiauto. Achso. Hat er mich jetzt echt reportet, weil ich ein Instant Headdy gegeben habe, ja? Oh, jetzt war es der Clive reportet, Norbert. Instant Headshot. Ne, es war ein Dreischuss. Okay, Instant Headshot. Ah. Done. Let's go. Let's go. Let's go. Ich bin abgefahren. Ich habe immer dritter. Das ist nicht anstrengend. Erweck und Sixpack machen doch nicht. Was? Da muss nicht jeder mitspielen. Oh, blockt doch mal nicht, du Eimer. Aber. Ja, das ist tot. Gleich verschieben, oder? Mh, ja. Gott. Ja, jetzt brauchst du mehr verschieben, jetzt bist du alleine auf lang. Ne, doch auch nicht, sondern dort. Dann wird dann kommen. Ach, du mein Eimer. Spacebound. 99. 4. Klasse. Machst du nur halbe Sachen. So sieht's aus. Kannst du mir was legen? Äh. Was fausten? Egal. Oh, viel Spaß damit. Uh. Ich hab Blödsinn gemacht, jetzt hab ich Geld mehr. Wenn immer die Gegner treffen würdest, das wär cool. Bewegen sich nicht so ruhig. Ach. Ach. Das war Mist. Ach nee. Komm von hinten. Von vorne. Genau. Ich hab die Säule. Ich hab dich nicht reißen gehoff. Jasen, ich hab die Säule. literally neben mir, alleine descubriert sich und mein Leben so ruhig Welcome home. Ich hab das nicht reißen ge Opera,5éra aus. Ich hab die Säule. Ich hab die Säule als Mädels ge нами geplant. Jetzt bin ich vielleicht für mich dorthin einer Seite aus. Ne Ugh. ich war kann ja jetzt mal in ruhe lassen der klavier war ein schwarzer körper oder blocken die wieser da ist ja ich ja da stellt Ich weiß, ich bin immer froh wenn er hier nicht rumrennt. Boah, einer Shot am Fenster. Boah, ist klar Kunde. An der Treppe. Habs gesehen. Wenn der Kunde einen kleinen Kill macht, kicke ich ständig. Mach schwot. Was ist das ein Sixpack da? Wenn er uns hier ständig irgendwas erzählt, dann trifft ihn nicht. Was ist das? Was ist das? Nein. Ok. Letztes 100% wieder runter. Ja, der ist ansporn. In dem kleinen Gang. Hier über dir jetzt links, Eric. Genau, hier links rein. towos. Not alle, aber nur biste. 300% wieder. Ehm. 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 Einheiten. Ehm. Einheiten. 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 Da geht mir auf den Sack, der Typ ey. Short am Winter. Warum? Warum? Kann man ja nur, Eric sammeln, man schaut mal nur Arbe ein. Da sitzt du das Fenster durchgelaufen. Da musst du hin, der war auf dem Short. Hier am Fenster, ne? So, wo bist du? Ja, genau. Ja. Ja. Der mag uns nicht. Nein, die große. Dann essen wir nicht. Let's go kick some butt. Oh, Mensch. Hä? Eric hat irgendwie meine Arme mitgenommen? Der hat mich im letzten Moment gekillt. Durch die Wand. Ja, egal. Ich war auf. Ja. ist ob das Leben flämten der Kunde und gegner die die ganze Zeit rum alt und gelb und grün ist hier durch die Gegend blocken gigantisch er ist im konferenz soll hat er passt auf wenn sie mit der geisel kommen da habe ich das durch blank blanke 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 schnauze ist aus der So, da sehe ich über die Autos, ja, wir bist aufgeregt. Mal gucken, was er zur P9 sagt. Oh, P9 nur. Sorry. Zwei, zwei verschort mindestens. Grenade. Oh, so ein Lager. Genau, zwei Sekunden zu spät mit dem Nachladen. Wie man auch gleich übers Gesandt ist, wenn die auf einen schießen mit der Scheißpumpe. Oh Gott, was darf ein Idiot, dieser Getron. Das ist so gut. Ha. Blöde, letzter R 발�. Dieses Flamer geht jetzt 840 Stunden. Nein. Ronny, kommst du mit Sean? Ja. Gut. Nein, ich gebe mir Wort noch. Okay. Toll, jetzt hab ich Schiedsweh. Sind die, glaube ich, rausgeruscht? Mhm. Fast alle. Paper-Ener. Was war das? Okay, leid sie mir russchelassen können. Oh, leid zwei Geisel. Gut. Cool. Waren sie immer 300? 600 bei der ersten, 300 bei der zweiten. Achso. Also waren sie zumindest gerade. 1.500 haben wir jetzt insgesamt bekommen für die zwei Geiseln. Ja, wahrscheinlich müssen wir mal in Chat gucken. 1.500. Kann ich sein? Das ist ein Gerät. Das ist ein Gerät. Das ist ein Gerät. Das ist ein Gerät. Der hat keine Hilfe, dem. Ja, der hat eine Reisensfeuer. Ja, okay. Der wird vieles in Chat investment backst 시, jetzt Weil material ist kein Gerät zu spät comedy. Der wird keinen Senhor damit gouden vertre тебя machen. Double. Der wird implementing. Der hat kein Polen auiertes welches Nachts oder tatsächlich laugierler gut gedacht zumindest wie das natürlich das würdet ihr alles alleine machen im automaten ist sauber im haupt im flur selber ich bin langerig die geisel er kann stehen bleiben vorbei aus der zweiten Runde mal in 4 zurückgeholen das ist so schön wir lassen dieses Leben definitiv nie gewinnen okay wir machen wir alle in Richtung wenn ich dann nicht ja dann wollen wir einfach bis die anderen auch in der Nähe sind gehen wir nach hinten checken so ein Lager Geisel, Geisel, Geisel Das ist gar nicht immer so schlecht Passt schon So wie der sich die ganze Zeit aufgeregt Der bestimmt die EMG-Wetten Da ist nur zwei sind durch Läu Du willst den Smoken, Hattie Läu Warte, warte, warte Warte, das 2m paper Alle beide paper Gehen jetzt raus Richtung short Achtung Roni, hinter der Autopunkt Krass Der Fake Agent auch, 6 und 4 zerquetschte Stunden Na die sind ja an sich Und nicht schlecht wenn sie ihre Momente haben Let's not lose a hostage Flashbang Flashbang Alle Autopunkt In der Ecke Bei paper Änder hinter der Geisel Bei lang Los Los Es Die 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 auch auf lang und mann das ist in dieser 6-packs für Nube jetzt gehen sie alle in die andere richtung keine durch die alle auf der einen seiten stelle stellen kriegst die kriege ich bin auf dem weg rechts 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 3 3 machen jetzt mit uns mehr Worte die Kuhn bestimmt raus und genug Worte und machen auch alle Autopumpe machen das so das verlangen wenn man nur um da oder einfach weg ihr überhaupt die Reaktion Naja. Hm? Hä? War was? Ja? Das ist manchmal so ein Kloppigöhnter. Add-on corrector. Papers gesmoked. Ah, einer sogar durch. Er ist tot. Einer Papers mindestens. Flushbang! 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 Auf die Zeit aufpassen. Acht Schuss. Wie ich diese Pumpe hasse, Alter. Was? Come back, Israel? Ich weiß auch nicht. Flushbang! Come on, let's get this started. Ah, der Dox da ist ein scheiß Smurf. Einer ist wieder am Connector. Einer kommt von hinten. Über ein Short, oder was? Hm. Was ist denn hier, Roddy? Was ist denn hier, Roddy? Terroristen gewinnen. Das sind Noobs? Äh, das sind, das sind Smurfs? Alle? So, der EIN auf jeden Fall. Der Caturn auch. Safety people, safety. Ready, out. Der hat irgendjemand noch lang gesehen, Erik? Nein. Immer noch nie. Pumpe Papers. Einer Runde. Heuerig! Sehr lange. Zulang. Ah, das könnt ihr, müsst ihr jetzt nicht verlieren? Ja, wir machen jetzt ganz langsam. Geht's. Schaut. Blei def. Oh, der Erik. Einer Schaut da ist. Zweier Schaut da ist. Ja, dem noch. Der Erik, hör auf, wir ständig ins Bild zu rennen, ey. Ich geh mit Grün überlaufen. Und Grün wechselt auf die Arme. Einer kommt. Lang. Nein. Lang Pumpe. Das guckt Richtung lang. Alter, haben die Wichser jetzt an, oder was ist das für eine Scheiße? Short. Change weapon. Autopump gun. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh, das ist gut. Das macht die Bureau stolz. Flaschbang ist. Oh. Flaschbang ist. Faschbang ist. Es passt. Wollen wir Short rein reichen? Wir sind zu dritt. Ja, auf dem Automaten, Erik. Du Kotze. Ja, kommt. Koche. Alter, was stimmt denn mit dem Fluchblick von... Ja, der Ärger hat auch angemacht. Hult, was angemacht. Und kommst du wieder mit Short? Naja, müssen wir aber vorsichtig spielen. Smoke, Zanibar durchkommt. One connector long. Ist jetzt frei. Smoken alles zu. Fuck. Wenn wir sind im connector links, Rolli. Rechts. Wenn wir auf lang, rechte Seite. Wir spielen auf Zeit. in der kurve ronnie immer küsse schmerz den dortig steil jetzt Du flamst jedes Mal immer jemand anderes wenn du dich beschmerzt Robot, haust du was? Nein. Hast du Geld? Dann schmeiß. Kommst du mit zu mir? Oh Gott, Geld kommt mit. Oh, das ist doch? Oh Gott, das ist weg. damit sei noch perfekt aber in der Küche da hat er an der Weg so Zeit, Zeit, Zeit! Geisel! Hast du gesehen, wie früher der schon geschaut hat? Ich glaube nicht. Geisel von dem war das jetzt? Ist das eine Fake Agent? Geisel! Deploy decoy! Thrive fire! Geisel! Arbelang! Ja, Arbelang! Das ist egal, den Eckler, verstehst du? Linke Seite, Erik! Die Leipzig-Kader, im Bereich des Woules, in der Hangelskreis, sie produzieren, im Bereich des Wurzers, die Hände, 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 in der Vankelschule und im Bereich des Wunders, die Hände und in der Insel, die Hände, die Hände nicht zu verdienen! Wenn dieser Sixpack beschwert die ganze Zeit, dann treffen sie doch nicht. Der hat mit den Schlechten Kills, schreibt easy game. Wie Evo? Weil der 8 Kills, also, hä? Ne, ne, der soll ein Doggystyle im Fake-Echerns und Smurfs bei dem Brand. Da macht noch mal eine Runde. Ack mal. Ah, wartet mal. Sag Halt's Maul, da brauchst du nicht sagen, ja warte mal. Halt's Maul heißt Halt's Maul, und ne, ja warte mal. Warum spielen wir dieses Kackspiel nochmal? Ich wusste schon, warum ich kein Bock hab. Egal, zu spät, bist schon süchtig. Vorhin schon gesagt, ich hab nie wirklich Bock. Was hast du dann geschrieben? Ja, ein Drecksspiel, ey. Achja, Robert, du kommst mit dem Club. Häh? Auf dem Rang? Ach meh. Dabwank? Ja. Dabwank? Dabwank? Oh, ihr könnt alleine weiterspielen. Weil wir spielen einfach mal wieder ordentliche Maps. Welche denn? Dabwank? 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 Das ist jetzt auch. User was moved to your channel. Moin. Kommt Jens auch noch? Der müsste jetzt gleich kommen. Also, warte mal, ich frag' einen anderen Primärz. Kann der vielleicht mitmachen, oder kommt Jens C? Jens hat bis jetzt noch nicht geantwortet. Na, warum sagst du dann Jens? Kommt klein. Ja, der hat beschrieben in den Mund, aber antwortete ich nicht. Also, ich hab' noch einen, der ist doch gut. Moin, ein Laut. Okay, komm, ich hab' einen Weg. Warte, wie hieß die IP nochmals? Firmisch.me, immer noch. Boah. Müssten da gleich move'n, ne? Setz mich ein? Oh, was? No, no, hab' ihn schon. Ähm, Dings, der kommt jetzt auf den Smurf an, also nicht wundern, ne? Ja, ja. Dann wird das 2 oder Cash spielen, weil das sind die einzigen Laps, die ich kann. Peace. Also, am liebsten das 2. Also Cash. Dankeschön. Ich bin immer noch abgefuckt auf die Mett, ey. Ne, wir haben jetzt auch die ganzen Tage schon Pesh, ey. Ne, im Ernst, ne? Hier kriegt ihr einen Besen, Monkey Workup. Warte. Warte, ich mach's. Also, es ist halt so, ne? User was moved to your channel. Error. Alle, alle, alle sagen immer ja auf das 2 und 4 zu viele Hacker, ne? Ja, ich hab' 20 Games auf das 2 um den Hacker. Mach' ich 1 auf K-Strike gegen Hacker gespielt. Wir hatten jetzt, wir hatten jetzt diese Tage so viel Pesh, ey. Wir haben schon zwei Ränge verloren. Schick' mal den, äh, hier drin schlägt. Ja, wir machen das Team mal mit. Da läuft. No. Warte. Ach. Wenn das jetzt wieder so ne Abfahrgrunde wird, wird das halt mein letztes Spiel. Ich mach sowieso nur eins. Glaube ich. Ich muss auch lernen für Bio. Achso. Äh, Bio oder Bio Erde? Ah, ne. Bio. Das Jahr. Kann Bio Erde mehr. Zum Glück. Okay, go. Wenn wir das verlieren, dann heulich übrigens. Geht gern. Ja gut, dann mach' mal los. Ja los, go. Wo? Ach, hier. Robert, da hat jemand auf Gold Nova 4 geschafft. Ja, ich krieg das nicht hin. Faktor Mann, Jens, der war da auch ewig lang Gold Nova 4. Der hat's aber nicht mit Absicht versucht auf Gold 4 zu kommen. Ja. Versuch das halt Absicht und schaff's nicht. Ich hatte ja vorhin zu sehen, das Spiel auf Office hier mit dem Smurf. Wir haben die Idioten dann aber angefangen zu gewinnen. Noch einmal. Ja, das ist unten. Achso. So Leute. Ich mach das dann mal mit der USP, Roddy. Naja. Hey Gary, wo willst du? Was? Bitte? Gary, wo willst du? Ich? Spawn. Komm. Warte, bleib, bleib, bleib. Ich will was sein. Komm in Spawn. Komm in Spawn. Wird schon lang. Ok, warte, hier. Ich kenn' die Leander. Hier. Alter, da. Die sind schon wieder die übelsten Asifreaks. Ich hab schon gleich wieder kein Bock mehr. Die andere. Mein andere. Mein andere. Ich hab meine Plattpiper. Jakob? Jakob, du Köln ist also da? Nee. Ich hab jetzt lang. Also, ich hab eben mal getestet. Bin die Blitz low. Ok. Haust mich auch nicht gespielt, Leute, ne? Also. Ich geh A. Ich geh auch A. Ich geh auch A. Oh, okay. Auf war, krieg ich jemanden was hin. Hey, da war gut. Hey, ist das so? Hier ist gleich 1 in 5 Clutch. Ey, ist ja nicht A. Aber, aber mein. Aber das letzte A war schon schön. Ey, ey, Jakob, 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 Jakob. Tom hat, äh, hier, äh, Dings. Ich war ja mit Tom und, äh, Youngbone, ne? Und da hat der mit, äh, Lorraine geschrieben, ne? Immer B. Ja, Butterfly und Karambit und so. Ist alles safer. Und Black Pöln. Wo seid ihr? Zwei B. Ja, ich kann nicht. Drei B. Okay. Wir sind, sind welche in der Flucht? Ich bin ja hier zu gut. Pflanzen. Amen. Gott. Amen, ist nicht so mein Ding. Ah. Warum spiele ich noch mal mit? Oh, ich lagge, alter. Geht's doch nicht mehr. Jetzt werde ich sterben. Super. Nice. Wir sind. Envy ist happy. Herr Pief. Herr Pief. Äh, die haben keinen A, man, was ist falsch mit dir? Ja, hab ich doch gar nicht gesagt. Achso. Lass einfach mitte rein rushen. Okay. Amen. Jakob, buszt mich. Warte, Gary. Oh, das ist sogar Jakob. Aha, ich bin voll flasht. Die sind auf A. Also einer, mindestens. Okay, wir zeigen. Mann, dieses Timing. Wollen wir auf A blenden? Ja, komm, Alter, Alter. Heiz auf. Schauen wir was zu trinken. Wer lebt noch? Okay, schaffst du. Ja, klar. Easy Clutch, mein Freund. Jesu, wieviel Trefferkills hast du? Auf der USB? Zeig mal. 54. Ja, ne, okay, dann keinen Clutch. Wollen wir eine Waffe umlegen? Willst du jetzt die USP sägen oder was? Ne, aber ich hab bloß noch fünf Schuss. Schau, hier liegt irgendwo eine Waffe. So, da liegt der noch oben. Ja, du kannst nicht mehr mit dir. Ne, was will. Wenn ich schnell beim Weckren erwischen. Oh, immer ungefallene Affe. Warum spielen wir dieses Scheißspiel? Keine Ahnung, Gary. Ich hatte gerade mit Crystal zu tun, außer GTA spielen. Aber da sind ja alle meine Mates auch gegangen. Ey, Gary, was du wieder gelabert hast von denen, wenn du mehr als 10.000 in der Stunde auflauerst, gleich Instantban, ne? Ich hab eben eine Million gecheatet bekommen, Alter. Ja. Äh, gibt Zeit. Bist mir so gut gebannt. Äh, ja, ja. Selbst B. Ja, wir sind selbst B, Mann. Ja, ich komm B. Ja, ich auch. Oh, Jakob. Jakob. Rotieren. Ich komme, du. Die Miete, die. 3 Onspot. Ja, 3 Leute, die Technik. Die Technik. Wollen wir down. Geh doch down, Alter. Was ist denn falsch mit dir? Was hab ich gesagt? Ich mach an Carmen rein. Oh, faszin. Hast du diesen Skin abgezielt, aber... Hey, der ist übelst geil. Ich find den irgendwie richtig scheiße. Find den übelst cool. Der erinnert mich einfach richtig krass an meine, äh, an meine Vulcan. Und... Keine Ahnung. Brachig wird seinen schwulen Mod einfach selber wieder benutzt, dann. BAH! Die ist ja nicht mal FN. Die Smokerman. Alter, die ist ja nicht mal FN. Oh, ich scheiße. Nicht mal FN. Waffen, die nicht FN sind, sind HIV. Wo sind die? Ja, das ist... Ich weiß nicht mehr. Es ist halt safe, Alter. War das ein Nate-Kill? Ja. Dort, 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 dort. Hä? Ja. Okay. Erinner, steht da oben. Bleib mal bitte leise. Du, doch. Leise. Ach, scheiße, Mann. Einer ist hart weg. Ähm. Blenden Standort. Hier, das war der Hafer. Flash? Mach, mach dir Jungs, mach dir Jungs, mach dir Jungs. Er kauft sich einfach eine Auto-Shotgun. Ja, mit wochen wir vorne wieder abgezogen. Sehr schön. Ich kaufe jetzt, ich kaufe jetzt Abo, okay? Na, damit nicht irgendwie kann ich besser gleich Abo kaufen. Gary, nimmst du gleich eine Abo mit? Ja, hinter dir liegt eine. Ah, Gary, warum spielst du Schrofflante? Was kannst du eigentlich? Ah, nee, die Frontside Misty, nimm die Frontside Misty. Ich bin low-skill noch. Er nimmt nicht die Frontside Misty. Wer rollt, Ako? Ich bitte. Ja, danke. Okay, dann bin ich safe, ich hab die Abo. Wenn wir jetzt bitte nochmal A kommen können. Wir können auch gerne tauschen, ne? Dann spiel ich Abo. Ach, letztlich. Warte. Warte. Ich muss über Gary, ich muss über Gary bleiben. Das wird getrialet. Ey, warum smoke zu main, wenn ich mit dem Arme habe? Ach so, sorry, hab ich vergessen. Ey, du bist doch ein Wichser. Ja, es ist wieder B. Was wollen die auch anderes tun? Oh, zwei Connect, äh. Ventrum. Warte, warte, die mache ich, die mache ich, die mache ich. Immer noch Ventrum. LOL! Ich hab ihn angehessen. Nein, mit Abo angehessen. Die scheiße ist das gewesen. Das ist offiziell, ich bin lex. Ich geh mal Abo und dann bist du erster und ich bin zweiter. Ach so. Schade, dann mach ich mal. Hätt ja klappen können. Wenn du es nochmal mainsmogst, ja? Wenn du den smoke auch nur in die Hand nimmst. Dann? Dann bist du ein irrer Mensch. Das ist so dieses typische Public-Gespieler, weißt du? Er hat Abo und alle Smok'n. Und vorher hast du noch nie den Smoke gefallen. Nee, Smok' immer, Main. Wir haben gesmoged, Abo gesmoged. Ach, als ob der mir im Lauf mit der Abo drückt. einer ist 15 AP in Main. In diesen Zeit schon. Ne, ich mach mal einfach selber. Was? Wie bitte? Bei Nuki oder... Ich meinte Quad oder so. Wir wirfen Molotov in Quad. Noi, timing. Der hat 15 AP in Quad. Oh no. Schön. Der letzte wird wahrscheinlich im Main. Ne, der ist vor Cliff. Der ist das Yellow. Yellow, Leute. Yellow. Save meine Abo. Save meine Abo Richtung K. Was? Richtung K? Und da ist noch ne andere Abo. Ja, aber Main ist halt und ist das Ende schöner. Ja, ja, aber er hat keinen Kit, ne? Wieso gehst du hin? Er hat keinen Kit, oder? Ja. Ach, ich dachte du lebst nur, Erich? Oder? Doch, das sind wir auch. Doch, eigentlich. Das sah irgendwie so aus, weil das... Ich dachte, der Erich lebt noch, oder? Ja, das ist jetzt auch. Kannst du mir die Abo bitte suchen? Jo, Moin. Dankeschön. Ich hole mir auch ne Abo. Dankeschön. Brauchst du das, oder? Ne, hab. Reicht. Soll ich mit hier gehen mit Abo, oder? Ja, bitte. Ich geh mit Abo. Oder kann ich B gehen vielleicht? G ist eigentlich Abo ganz cool. Ne, geh B, da geh ich mit A. Jo. Ich hab Abo, das passt. Bitte ist nichts. B auch nichts. Wird wahrscheinlich A. Lass mich da, lass mich da, lass mich da, lass mich da, lass mich da. Ja, ich geh A. Ja, okay. Wie viel, Robi? Jo, Moin. Jo, ja, warte, ich... Warte, ne, ne, kill, ne, kill, ne, kill. Gehen wir zu B. Vielleicht rotaten die. Ne. Einmal Moin auch. Okay, vergiss es. Gehen wir zu. Vor allem, ich fang einfach an. Was ist das? Geh, einfach keinen Menschen. Da liegt ne, äh... E250 vor dir. Ja. Die Differenz zwischen dem ersten und dem vierten Spieler. Zwei Punkte. Alles klar. Ich hab ganze Acht Punkte. Eben, zwei Kills machen, bin ich der Erste. Und Gary Team killen. Gary, komm mal her. Komm mal her, Gary. Ich bin unterwegs. Ja, B ist einer. Moin Mitte. Ah doch, du bist Gary. Ja, als ob die nicht drauf rum waren. Schau auf, Tür. Einer war noch B. Ich guck vom Main. Ja, ja, ich... Ja, ich komm mal A. Ich, ich, ich eng Main da. Geh zurück. Geh zurück? Ja. Ach, als ob, man. Verstärk mal B, verstärk mal B. Einer ist B, rechts da, hinter der Kiste. Läuft. Wie ich aime, ne? Ja. Kaum doofen werden. Ach, als ob, man. Der ist halt irgendwo, ja. So, vor Gary bin ich jetzt schon mal. Ja. Braucht jemand Drop, ich hab 5000. Nein, hab auch. Hab. Geh auch. Ja, geschehen. Ich geh einfach da rein, wo noch Platz ist. Ich geh mit der P. Markett ist in Woll, oder? Ich geh hier rein. Dann geh ich B. Na, B ist nichts. Geht da. Mitte auch nix. Läuft trotzdem in der Mitte. Wie viel? Fire. Ich hab noch zwei. Gen A. Main. Ja. Vor dir. Einer oder zwei, komm, blaue Tür. Ja, lass mich Main up enden, das passt schon. Ach. Immer kämpft hinten noch. Auch lang. Da Ecke. Ach, als ob der mir noch nen Headshot rein lag. Nix sinnvolles Doktor. Kann mir jemand was legen, bitte? Ja, ja, was willst du haben? Was willst du haben? Was willst du haben? Ähm, mir egal. Leg mir auch irgendwas. Dann kommt's aber wieder los. Ja, komm. Ich geh wieder kurz mit. Ja, ich geh wieder mit. Gut, man zahlt uns doch mal kurz, was passiert. Guck mal, nicht leck mir. Dass du die Flash ober? Nein, Flash off. Gleich kann mal. Debs auf Main Und Spot Ja, ist da Glaube, wo bist du? Ich bin Main Hier ist ein Main drin Willkommen über Jenkins Glaube Tür Nein, ich werfe einfach rechts Einer Squad Lass mich bitte die Füßen Lass mich bitte die Füßen machen Alter Ja, hier nimm du ihn die Füße Wollte nur das lernen, dass er den nicht bekommt Okay Du bist so ein Buchensohn, was hat dir das von jemandem gesagt? Auch schon öfter Alles Hier nimm doch die Ich hätte dir die Arbeit gelegt, aber egal Alles klar Geschenk Meine Mutter wurde doch locker weg in irgendein Gossenpenner New York geschwenkt Ich mach jetzt so ein 5k Collateral 5k, alles klar Naja auf B, die rushen jetzt B rein, ich mach einen Schuss und A's Die rushen jetzt gut, ich mach zwei Schüsse A's Deine Hex will schon aber auch haben Und ich stehe halt von der Karte und alles klar Wie viel Lärmmer? Keine Ahnung, einer, ob er es ist E-Mails Naja Ich bin der Einzige, der in der Gespräche machen darf mit der Bombe einer, zwei HP mit der Bombe Eheh Eheh, eins hat jemand meine Aale? Wenn ja, bitte droppen, hab kein Geld mehr Ich kann in meine Aale Oh nein, warte zu spät Ne, ich hätt dann schon gerne meine Ja, ne, mit deiner, gib mir rein Ich schwör, ich versch Süße dich, wenn ich nicht Kash-Kick Nein, das machst du nicht, bitte nicht. Nein, nein, ist okay, ruhig. Oh Mann, du bist unfair. Ja, okay, komm hier, nimm. Geile Fresse. Ja, wo ist die? Die liegt jetzt da oben, oder was? Die liegt da irgendwo. Ja, ich weiß, ich sollte Hitler töten. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Emo, catwalk. Hier ist mein P hier. Catwalk, catwalk, down. Catwalk's down, keine Sorge. Elmer, auf den Dings. Die Bedeutung? das ist jetzt die kobe nade oh schade wär sowieso keine kobe nade gewesen ich hab noch 99 wusste und tötet mich tötet mich nicht also ja kurz ja aber bitte dann direkt am spawn mhm bitte mach das ich hab gehört das gibt bonuspunkte ja achso das neuesten patch WT 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 Ja, du bleib stehen! Du guck dich, du guck dich, du guck dich! Ich hab das Snipe ausgepackt! Auf 3, 1, 2, 3, jetzt! Oh Mann! Okay, sagen wir so, wenn wir gleich anfangen zu sagen, wenn ich dann abspringen, dann springen ich zurück in die Hand. Warte, reformieren wir doch mal, ja? Gary, äh... direkt an uns bauten, hinkriegen, okay? Gut. Und dann werde ich das G von 3 sagen. So, genau, ja? Dann geht's sofort nach Bauten, okay? Soll ich die Gegner jetzt überhaupt aufstehe? Warte, kenn dich hin, Gary! Nee, dich hin! Nee, dich hin! Wollt ihr das Runboost machen, oder? So, jetzt schau ich hin! Und auf 3, ja? 1, 2, 3! Oh Mann, du bist schneller! Egal! Ja, es ist A! Oder Mitte! Mail, auf Mail! Ja, hier ist es A! Cool! So, ist gerade eher in Richtung Bägerrand! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ja, hier ist A! 1, 2! Auto-Sniper, so irgendwas! Immer noch 1, 2! 1, 3! 1, 2! 1, 2! 1, 3! 1, 3! 1, 3! ok wer von euch streamt denn überhaupt einer b erinnert das ist keine a aber das ist ein scout aber du bist auch der letzte gewesen also wir fahrt es raus jetzt sind ein Millimeter weiter auf der Ecke gucken sollen niemand legt mir auf jeden Fall was irgendwas ok was willst du abend? wir haben eine Lecker mal ne Arbe mach auch raus ich mach dann 3k wenn ich weg komm ok wenn ich nicht krieg 10 Euro he ne ja dann gib sie aber ja als ob ich die 10 Euro gebe ja wenn du keinen 3k machst ich bin doch nicht dumm man 5k, 5k es ist doch noch mehr die komm ich nicht sonst hätte ich dir natürlich die 5k gegeben aber die sind gleich ab wie einfach das Zweiter steht soll ich auch noch kommen ja 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 man ich kann schon gleich noch Achtung ich bin voll ja 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 leander leander hast du schon mal ne mp9 in der Pistolround gehabt? ja kann man nicht nur mc10 glaube ich ne mp9 geht auch mp9 geht glaube ich nicht ne double kill machst du? ich mein ich hatte mal ne mp9 ja aber das kriegst du nicht in 20 Sekunden hin vor allem nicht auf Cache auf Inferno könnte es klappen über die Mitte auf Inferno könnte es klappen über die Mitte einer K sehe einer einer steht hinten und du packierst dabei auch ja ja leute der Rush muss an der Stelle dann aber auch müde sein Leute seht da mit Rush-Länder hier auch noch was ja der von K kommt für das seht es einer ja letzter Connector ja wieso wir sind die auch stop ich bin selber schuld oder? weiss ich sag doch es ist nicht nur für sie immer besser nicht der k der Wundersil ist wie einer anderen P90 spielt er ist halt so was wills anderen machen P90 ist halt fast schlimmer als Smartpistole in Titanfall Aber wenn er damit Kills macht. Jede Menge. Er von wo? Er stand hinter mir. Ach, als ob ihr euch noch alle holt. Muss ich euch jetzt wieder helfen. Guck mal, ich seh ihn. Hallo. Als ob der noch gar kein Head passiert hat. Er kommt vom Main, Achtung. Er sah safe aus wie die Wand, Mann. Was für eine Hitbox. Halt's auf, Mann. Hast du es gesehen, Ronny? Versteht'n der? Nein. Nein, nirgendwo. Er hat 1,1 Kasten. Nice. N90. Hast'n A's, Ronny. Will er mal AK? Ja, gib mir. Gib mir, gib mir. Ich bin nett. Das ist mein AK. Meins. Wieso, wieso? Das ist mein AK. Danke. Schöchstler werden Teamkirke. Ey, nein, 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 Leander. Wenn ich jetzt kein 2K mache, dann schenk ich ihr ne AWP Safari Vemesh Battle Scared. Okay. Hab' ich das nicht mal. Also, also dreißend. Dann bin ich falsch. Ja, Alter, du Kloster. Kann ich nur mal schnell jemand zünden, bitte? Ja, ist natürlich weggekillt. Derjenige kriegt ganz die Hälfte von der AWP. Alter, warum ist niemand auf B von denen? Ist doch Schellen. Sag's mir mal. Ja, man sollte mal legen vielleicht. Ja, das ist die Ander hier. Halt's Ob, Mann. Komm. Ne, der wird mir auch noch gesteilt. Halt's Ob, Mann. Ja, halt sein Maul. Ja, AWP. Wird dann gleich schön rüber getradet. Wird dann gleich schön rüber getradet. Ja, okay, mach ich gleich. Ja, ja, ich mach gleich. Mit Name-Tag, bitte. Nein. Ist das mir zu viel wert. Das Name-Tag wäre einfach 20 mal so viel wert wie die AWP. Die ist 50 Cent wert oder so, Mann. Nein. Nein. Bestes Gratis 3. Nein, nein. Ich hab zwei davon. Revolution! Ja. Sieht ja aus. Als ob der da stand, Mann. Wir hatten niemanden mehr. Ach, und immer wenn ich jemanden sehe, werden die Clips bestiert. Nein. Komm mal, GG. Die macht so safe nicht. Die sind immer so kälter. Die sind dunkler. Und ich bin eher der Bose, Mann. Knifed oder tasen meine Netzen? Okay. Knifed oder tasen meine Netzen? Knifed oder tasen meine Netzen? Knifed oder tasen meine Netzen? Knifed oder tasen? Knifed oder tasen? Taser. Oh, lol. Oh, immer, immer angeknifed wenigstens. Wow. Sinnlos. Sinnlos. Oh, jetzt bin ich schon wieder MT2A. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab halt auch keinen Bock auf dem Master. Geil. Ich bin raus, ne. Schuss. Nein. Er ist wirklich raus. Was hatten die für Ränge? Oh, ja. So mal irgendwie war ich die Easy-Devon. Und ich bin richtig easy, die waren. Ah. Oh. Oh. Woll ich mit MG, wo im Von-der-Pig, entfliere ab? Was sagst du denn?" Was war bestimmt nicht mit alten Bladen. Ah. Was tut globed, kann ich denn denn, schreiben? Auf jeden Fall. mach ich sofort P90 global Das zeigt ein Skill Wollen wir noch eine Runde spielen oder? Ich mach noch eine Runde Er stirbt Ja ich werde global safe core Oh ne das Ach nie kurz wechseln Nö Welche Rang hast du auf dem Main? MGL Wir waren aber wiederum auch schon DMG Vor 3 Tagen und seitdem haben wir nur Assi-Spiele gehabt ging es ab nach unten Ich habe mich ein paar Tage länger auf DMG gehalten Hallo 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 Oh Hallo No Hallo 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 Lo Dann sag mal, wenn's, äh, das Spiel gefunden hat. Oh, das piept. Jetzt so. Ja, so schnell. Hoffentlich CT. Habe ich gerade mehr Lust drauf als aufs T. Fuck, spiel. Ja, CT. So gehört sich das. Jens? Nein. MG und dann? Runter? Ach, komm. Ach, verdammt. Boah, jetzt krieg ich das nicht mehr hin, hier. So, Jens, bist du oben? Dann zeig mir mal bitte, wie du auf die Tür gekommen bist da. Aber von, über die grüne Kiste, ne? Ja, so. Aber die Tür muss halt in die andere Richtung auch sein. Wisst ihr auch, wie man von CT-Spawn T-Spawn reinspringt? Na ja. Erregelung ist besser. Das musst du auch gemäß der Partition anlaufen. So, was denn für eine grüne Tür? Und, hä? Nee, nie grüne Tür. Du kannst hier... Wenn der Kunde in der Tür mal tot ist, endlich. Boah, stirb doch mal, du Eimer. Headshot-Garantie. Hey, kommt der nächste. Zwei sind schon wieder drin. Ne, ist die Tür kaputt? Ist ja egal. So, jetzt ist er andersrum auf. Ja, so. Jetzt sprichst du von hier, hier drauf. Und dann hier. Na, kannst du mal ein bisschen über die Map gucken, gehen wir weg? Mhm. Also, ziemlich weit, finde ich. Kannst du da drauf gucken. Ne? Jetzt stell dich mal, kannst du auch die ganzen Dinger da wechseln. Ach, jetzt auch. Oh, bevor es losgeht, muss ich noch was machen, ganz schnell. Boah, wer blockt hier? Nicht. Okay, ich krieg doch kein Heal. Hast es geschafft. Achso, du bist ein Fischpunkt. Der Rampe übrigens noch, cool. Ja, hab ich gesehen. Der hat mal einen. Nicht aimen, ordentlich. Nice. Komm mal hier, Orange, 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 komm mal schnell. Okay, ignoriert mich. Orange, komm. Komm, Orange. Orange. Freie Rampe, gehen hoch. Ach. Hinter dir. Bombe down bei mir. A-Site ist eine. Ouch. Forsten. Lass mal nichts kaufen. Und lass alle versuchen einfach T-Spawn runterzuspringen. So, Erwig und Mobotie spielen nie, der ist mir bekannt. Alter. Ganz ehrlich, ich hab's geschafft. Ja, klar. Und dann fang ich an zu laggen. Wäre ja noch. Ja, siehst du. Okay. 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 Ich hab keine Lust, mit dem Smurfland-Deam-T zu sein, ne? Ähm, darf ich vielleicht ne AK haben? Ähm, ja, kannste haben. Oder kannst du mir was? Ja, danke. Das ist dann dein neuer Main. Ja, nie im Leben. Guck ich mir meine Stats an. Ich hab hier nur Müll-Spiele drin. Ich hab da keine Rolle. Hast du ja ein bisschen runtergesprungen, oder was? Du hast den Team-Method ungenagelt. Ja, komm, du machst es als Ace. Mit der P90. Oh, wir haben die das erste Mal. Mach scheiße, bin dort. Oh Mann. Weißt du, wie unlucky ich bin? Der ist auf 12 HP. Oh, lol. Robot? Wenn der nochmal gehabt? Wann ist er? Nein, ist er? Der ist auf dem Stairs. Er kennt halt einfach die Spots. Er kennt sie alle. Jens, was hast du? Warte. Der geht B. Nur so zu Info. Okay. Und jetzt A gehen, ne? Das ist laierbar. Ja, okay. Oh, oder auch nie. Tut jetzt ein A, jetzt hier. Du solltest aufhören, Granaten zu schweißen, jetzt. Ja. Okay, rechts ist kein immer mehr. Der ist rechts von dir. Rechts. Der ist ja runtergefallen. Da war ja keiner mehr. Aber ich hätte einfach nur durchschrauben sollen. Was ist denn? Ich werde safe wie so ein geistiger Netter. Ja, aber wir uns nehmen erst mal die Granaten weg. Alle. Ja, okay. Geh auf B und mach. Safe Ninja. Nee, nicht. Doch. Neben dem. Ach doch, safe call. Fake here. Okay, dann geh ich auf A und mach den Ninja. Weil die sind C spawnen. Alle. Keine Ahnung. Ich glaube, der einer. Anna ist der Leiter hoch. Ähm, einer ist Rampen. Wie kommen die denn? Ganz ehrlich, wie kommen die denn auf A? Die sind die Leiter hoch. Kenne es auch so an der Leiter geblieben. Vor allem durch hier unten. Ach, das ist nice. Ja, das war irgendwo bei B dann. Nee, nee, ich glaube der letzte ist Rampen. Nee, irgendwas ist B. Der Auto kommt runter. Also B. Da ist dein Mate, pass auf. Bevor ihr schießt. Ihr könnt ja bei der Bombe bleiben. Achso, weil der ist hinter der Wand. Letztlich im Müll. Ich meine, es ist ja in der AFK. Ob ich sie spüche, ich kann noch mal. Wieder eine letztens. So? Steffs am Klo. Wenn der von links kommen kann, dann kann man ihn da stehen. Immer noch kein Kill. Brauchst kein Kill. Anwesenheit zählt. Und Kills war keine Rede. Spielst du irgendwann mit, oder? Eigentlich nicht, nein. Okay, gut. So. Solange wie du das machst, brauchen wir da die Mitspielen. Ich habe vorher gewonnen, schon die Meister. Ich weiß nicht, dass ich jetzt auch mal was bin. Boah. Zwei oder drei im Leiterraum unten. Naja, mir ist nichts. Hey, der kriegt keinen Hit, weil es so gut wird so an der Wand, aber keine Hit. Rampo 2. Ich kenne halt einfach alle Spots. Das ist die way we do it. Ach, komm schon. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Wie der aussieht. Kann ich meine Auto? Oder brauche ich? Ich habe die einfach irgendwie mal umgelegt. Oh, so, danke. Ja. Oh, die Gegner, die Eltern, die können nicht schreiben. Die wissen, wie man Alexander schreibt. Ja, aber die Bombe liegt im oberen Leiterraum. LOL. Oh. Hey, unten bei der Leiter, also bei der Treppe. Die stehen aber gut und worden. Dann rusht einfach nicht rein. Dann schaffen wir es, die Tür schnell umzudrehen. Ja, da ist keiner drin. Ja, dann machen wir es. Dann machen wir es noch mal hier. Also so, dass es hoch ist. Ja, aber ich bin die ganzen Arantum. Noch einer. B. Oh, yeah. Das ist so. Nein. Runtergefallen. Oh, ja. Oh, ja. Ich will ein Flash und ein Flash-Bew-Me selber. Weißt du, dass beide auch warten? Oh, ja. Ich bin jetzt runter. Jetzt sind wir auch gleich die Pay-90 und Auto-Nubes. Ja, ich bleib' uns schon gleich beleidigt, dass wir so ein Trash-Auto haben. Weißt du, ich werf jetzt einfach Molotow hier in den Dings rein. Ja, mach aber die Tür wieder aneinander. Und dann kommen die Tür wieder aneinander. Und dann kommen die Tür wieder aneinander. Und dann schließen sie es jetzt wieder nicht. Das ist schuldig. Das wird schlimm. Ich mach halt einfach die OP-Nates. Ja, hier ist niemand. Ich hab' die Rampen durchgelaufen. Rampen, Rampen ist immer durch, ja. Connector oben. Connector. Bombe downstairs. Wo ist denn die Bombe? Stairs. Inner links, Ronny. Ja. Okay. Okay. Alter, ich hab grad gepacert. Beschwerden wir dann jetzt mal was Alkoholisches gönnen hier? Schles, was du hast. Monny, das macht übelst viel Spaß mit der Auto. Es ist halt Vertigo. Vertigo macht eigentlich immer mit dir einfach viel Spaß. Weil die Aigner können einfach nichts machen. Rampe. Nice, ich kassier wieder ins den Headshot. Rampe kommt, oder was? Hier war eine Rampe, alle. Und dort. Ja, das kommt. Ich ging, glaub ich, zurück, oder? Ja, hier noch so hinzu. Rampe liegt unten, Rampe. Und dort den Kisten. Jens. Oh, RIP AIM. Jens, hör auf mit Granatenwerfern. Das ist ja Hilfe. Ach, als ob sie nicht drauf war. Der stand halt direkt vor mir und ich kräpfe dem Taser nicht rein. Oh nein, das kann ich... Ich weiß nicht was ich gerade gemacht hab mit der Name. Nice. Ja, und das war jetzt dummerweise nicht das erste Mal Jens, kommst du mal mit mir? Kann ich Ramp gehen? Ich hab ne Arme Jo, gehen wir an, da pass ich auf die Tür auf Ich mach jetzt Save 3k Komm jetzt... Komm jetzt Ramp und... Ich mach ein 3k Aber Jens, bleib vor allem, dass ich meine Stimme Okay, die kommen da nicht, die kommen da rein Steps B Ja, die Ramp ist nichts gewesen 3 Steps B Ach, einer unten leider Ja, aber kannst du wohl nicht zählen, ne? Unter mir immer Komm, komm Also mein Badita Kirsch meint, ist immer noch ein Scheißspiel Echt so viel? Ja, da fahrt mal das dritte Glas Ne Gartner Ja, komm durch das erste Erik? Ja? Ja? Das Fadenkreuz auf der Autofie ja eigentlich schon gar nicht größer Das ist viel zu schlimm Ich brauch eins, was riesengroß und fett ist Er hat schulden, was gibt mein Punkt, ne? Sind das ganze Bild schon bedeckt Jetzt kommt die beste Waffe Ich komm mit Einfach, einfach leider runterrushen, komm Nein! Ne, das Recall von der Negev ist halt einfach unschlagbar Steps B B Ja, kommt weh Hast du nicht grad noch eine Negev? Ne, war nichts und so Na, Ramp und Außenfrauber Ne, ich hatte Negev Ja Warum hast du denn der M243 gehabt? Ne, das war Ich hab die M243 So Ja Das Problem ist, wenn einer Road2Global heißt und der andere Road2Silver Da gehen die nie im Leben davon aus, dass wir Snoves sind Nein Weiß Die alten Neunchen, ey Also ich finde Da unten Ich finde Road2Global Auf MasterGuardian-Niveau ist schon echt Badget Also komplett normal, oder? Ich meine, da schreibt doch jeder in sein Profil Ja Ja, ich bin grad super total schlecht Kann ich mir was legen, bitte? Was willst du? Egal was Autosniper Ja, mach Ne Waffe Jetzt hab ich ne Autosniper, okay Ah, alles klar Da hast du ne Autosniper Ne Waffe, einfach ganz cool Wenn du dich schießt, so mit Munition und Ne, ich lege immer, ne jetzt Hey nein, Taser Knife reicht doch Taser Knife ist so Ja, das war mir Taser Knife ist so Hab dich gesehen du Schalter Taser Knife ist so coming off to the Offen oder Unten? Unten Hinter den Kisten, da Glaube ich zumindest, also da habe ich den gesehen Phil Ich komm noch nicht mehr. Nice, beste Nate. Ja, der ist doch da. Jens, Nate! Nein! Ich war ja unten, ich war ja dran, ne? An dem Ding. Dann ist er runtergerutscht. Warum wolltest du denn mal mit eins noch spielen? Nee! Da nimm die Aave. Willst du auch da haben, oder? Da nimm die P90. Ich mach MP9, okay? Let's go! Die hat Swag. Es liegt auch MP4 am Spawn, ne? Du! Ich hab mich schon MP aufgenommen. Nein! Der eine hat 98 in 7, was ist das für ne Aids-Waffen? Was hast du denn? MP9. Leider am, oder? Ja, Akkubohrer. Ach, nun komm, fall schon um Aga. Ach, nen kleinen Trucker, oder? Und wo? Prüfstelle unten. Ja, wo unten. Ja, wo unten. Tiefbomb. Ich geh bestimmt gleich hoch, weil es sind nur 3 und Anos unten. Bestimmt An auf A. Soll ich hab jetzt Taser und Knife-Only machen und Nades? Mach's doch. Dann kann's halt safe wirklich machen. Ja. Ja, zwei zwölf Stütz. So Alexander. Die könnten wir anfangen mit spielen. Wer ist? Leiterraum, glaub ich. Ja. Oh Gott, das hättest du nicht verämmen sollen. Wie sind alle 3 da? Na ja, das kommt schon. Der macht alles. Hä, der war doch safe drauf. Eigentlich nur, dachte ich schon. Hinten in der Ecke war ja auch, oder? Ja, komm, ich wollt jetzt grad smoken und dann bring es. Oh nein. Mach einfach den Ninja, du hast die... Der hat's gut versteckt, auf jeden Fall. Der hat's gut versteckt, auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Geht weg. Der findet die Wommen nicht. Geht weg. Doch, hast Zeit. So. Ja, locker. Welche Wolke wolltest du denn treffen, Harry? Eigentlich ist ein Fußboden, oder? Sein Aim ist nicht ganz so. Ja, ja. Ja, ja. Ragehack und so, ne? Ja, jetzt. Mach zu krasser. Zu krasser Waffen hier. Ja. Könnten langsam mal mitspielen. Oh, ne? Das war... Nie verkehrt. Ich könnte vielleicht auch mal mitspielen. Genau, Jens. Das ist peinlich, was ich dachte. Ein Rabe scheint Kerner zu sein. Ne, das steppt alles bei mir an. Ja, das ist aber. Ja, erinnerst unten Rampe. Ah, leider ist noch nichts. Ah, ja. Erinnerst jetzt vorne. Ah, leider ist nichts. Er ist hoch, klar. Hm, ich steuere ihn aber nicht. Wo? Ach so. Ach so. Komm, dann glaube ich Lederum oder Ram. Lederum ist noch mehr. Die Tür... Ne, die ist zu, ne? Ne. Renade. Ja, gerade noch offen. Wo muss man nochmal hinspringen? Äh, das kannst du nur wenn die Tür offen ist. Ach so. Okay. Einer kommt. Rampe. Weißt du was das Problem ist? Ich hab nur noch ein Messer. Zweier Rampe. Reicht. Für die Gegner reicht. Weil die haben keine Zeit. Ja. Messert mich. Weißt du. Sind alle uns gut. Hey. Die jucken rein. Nein. Ich wollte eigentlich den Typen der Planted töten, aber irgendwie war es dann doch zu spät. Ja, Robert, ich hab mir mal die, 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 die Nuggets geholt. Ja? Ja, hab's ja. Musst du halt nur gucken, wie du das am dümmsten machst. Na, ich hab dort eine große Pfanne, ne? Ne, da würde ich Öl reinmachen. Ja, genau. Ihr redet über einen Scheiße mitschmecken? Oh. Im Original McDonalds Nuggets im... Was ist das? Zwei Kilo oder was? Ja, 100 Stück oder was das hinter der Tür wird drin? Kriegt man die, ja. Passive Ideen bei Kaffee. Ja. Ja, bei uns gibt's so einen, so einen Laden von einer... Ja, wie soll man sagen, von einem Hersteller halt. Der verkauft Zeug. Aus Überproduktion und so. Achso. Und die stellen unter anderem halt auch McDonalds Nuggets her. Oh no. Und die haben zum Beispiel Fehler, sehen scheiße aus oder so. Ich sollte nicht mehr waschen. Das ist genau so. Die wollten mich jetzt ständig. Komm, alle Rampe. Ich bin unterwegs. Sicher, dass es alle sind? Ja, alle Rampe. Ja. Wir haben zwei Abstands gesehen, mindestens. Einer ist leider hoch, ist ein Klo, er hat zwei Rampe. Schön. es kann ja kein Schick als Wissensburg treiben oder ja ja klar aber kann man dann die deine Füße sehen wenn du diese hochlägst Keine Ahnung, aber ich werde jetzt gleich gewollt werden für einen Headshot. Hallo. Hallo. Du und Hex, natürlich. Scheiße. Am Eisen, links, Erik. Der hat die Bombe aufgesammelt oder so. Immer weh, Erik. Dass der Wichser jetzt noch legt. Jetzt spring ins Loch. Jetzt schwaffe anschauen, Erik, sondern spielen. Dann mal leise, bitte. Ja, kommt über die Treppe hoch. Weh. Braucht er trotzdem nicht. Braucht er nicht. Selbst wenn er jetzt auf den Spot kommt. Alter, er kriegt das einfach nicht hin. Was ist das denn für einen Lappen? Er legt einfach gar nicht mal her. Er hat vielleicht ne Pistole gesaved. Ull. Gleich ist Ronny DMG. Hm? Gleich ist der DMG. Äh, lass mal. Einstens. Ja, er war blockier. Ja, er war blockier. Ja, er war blockier. Boah. Zwei. Äh, die bleiben unten. Das war ein ganz schönes Ding. Naja, die warten wieder, bis ich komme. Ach. Scheiß, Jessenbier. Ich muss schon wieder pinkeln. Erik? Könntest du immer. Achso. Da. Die sind schon Ladder oben. Achso, du bist gar nicht schon Ladder, ne? Überbrücke sind gerade welche. Äh, smoke off. Smoke off. Smoke off rim. Oh, die guckt weg und so rennt er doch drüber. Ja, ne? Ach, Mann. Lass den mal einfach legen, bitte. Auf A legen. Ne, kurz mal Klo. Gibt's ne. Lass den mal bitte auf A legen. Töte den mal nicht. Ich will immer einen Taserkill noch bekommen. Ey, den Scheißdruck kriegst du. Bitte. Okay. Also nicht, dass der Jens das mit Absicht gemacht hätte. Ne. Hab ich auch wirklich nicht. Nein, töte den nicht, Pöppel, bitte. Ja, schön. Aber der Erik hängt einfach fest. Ja, also egal was passiert, du musst den Köln, der Erik kann nicht mehr weg. Ja. Der ist auf Auge. Ja, genau. Oh, Mann. Ich hab da mal den Ace geklaut. Warum gibt's eigentlich keinen Stat-Track-Taser? Weiß ich's nicht. Oder auch keinen Taser-Skins oder so. Ne, ne? Äh, äh, ist der Türkanaten-Kronaten-Heteros? So, bin wieder da und bin ich ausgegangen. Ähm. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Es steht gerade 12-3 für die Gegner. Mhm. Die haben, äh, aufgeholt. Wie du siehst, ich glaube aber du hast ne blau-braun, gelb-braun-Spräche. Weißt du, weil... Du siehst wahrscheinlich, dass wir 12 Punkte haben, aber... Ja, die Schwäsche ist ganz schön ausgeprägt. Ja, ich hatte einige ausgeprägte Schwäschen. Ne. Und nachdem pünktig aufs Flo zu kommen. Ja. Der ist schon oben, bei uns. Äh, auf einem Ring dort. Lol, alter! Geht mit dem nicht ganz fett. Das gibt's einfach einen Head-Aware, ich springe. Ach, als ob er jetzt hinter mir kommt. Ach, da ist einer bei der Bombe! Ach, da ist einer bei der Bombe! Eines auf 4 HP! Mindestens so einer bei der Bombe! Die Bombe ist der oben. 1 auf 4 und 1 auf 30 HP. Links von dir jetzt. Okay, doch nicht. War auf jeden Fall links von dir. Was machst du? Kacken? Achso. Ja. Muss sauber sein. Das ist Dixi-Clo. Oh, jetzt hol die auf alle. Jetzt komm. Haben die... Idioten. Ich hab einfach jetzt schon zwei Sists dadurch bekommen, dass die Leute einfach runtergespringen. Echt, die sich umgebracht haben. Komm schon, Leute. Ich mach jetzt Taser-Kill. Und zwar, weil jemand gleich darunter springen wird. Komm. Er kennt doch einfach die Wallbangs. Ja. Ach, das hat sie ja alle... Das hat sie ja alle gelernt. Und nicht. Lobot? Und bist da auch? Ja. Da ist einer, ne? Ich wollte es mal anbelassen. Zwei. Einer hat... Okay, da ist keiner mehr. Achtung, Ener, 2 HP oben an der Bombe. Bede Connector, Ener kommt raus, Teile, wer sind hier alle? Ja, da hohe nie ignoriert was wir erzählen. Läuft einfach rum, bezahlt auf den Deutsch. Jogs auf den Deutsch, das war der Rest egal. Da müssen sie alle von hinten wegnetzen. Da hab ich keine Ahnung vom Movement. Aber es klappt trotzdem. was wird denn der mit seiner SSG da machen und er stirbt ich habe jetzt den besten bei der Welt Taser, Diegel, Keflahelm Bombe braucht kein Mensch das wird er sowieso nicht lieg da eh wieder runter die Smoke ist oben angekommen den wollte ich noch helfen hier nimm du den, nimm da die M4 liegt da hier war, hier war einer ne die sind beide B, A Connect drei stück sind so boah Kaiser fährt wohl doch was da hin wenn man nur Blödsinn macht, trifft man irgendwie nicht wenn man dann mal versucht zu treffen ich will einfach keinem den Krieg geben du selber war schade, ich hoffe du fällst ich habe gehofft du fällst da runter Oni, hast du noch Geld für ein Autotacker? nö ich misch mal einer auf wir smoke-mutter zurück wisst ihr was ich mache? macht den da oben jetzt richtig viel Schaden ey, ich vielleicht doch nicht warum ist er denn auch so eine Kack-Hitbox man der Ultrakacker der läuft für den der läuft für den siehst du, ich sag doch, der bekommt richtig viel Schaden nur zwei Onsword nur zwei Rote ach man der kommt, der kommt, der kommt boah Mann Bier Was? wie er weiß Klatscher schickt Ich reporte den einfach mal rein keine Ahnung ahja klar, der hat doch einfach gar keine Medaille außer alle von dem Gold ja aber dafür gar keine medaille zu haben und so was alles und das mit ein paar hundert stunden wofür gar kein einer ist bahntür, äh quatsch, äh blaue Tür oder weise Tür na Tür halt es gibt nur eine Tür naja, kann sich mal entscheiden blaue Tür, weise Tür, irgendeine Tür also ich will gleich entplanten, aber ach man Einer ist rechts, ein Dings-TT so, Jens, probier's wieder mit der Granate oh Gott boah, fall doch um so ein Eimer, ey es ist, die ganze Wand ist voll Blut aber der Kunde hat nur das Eintzwanz verloren nee, kannst du nicht erhören wollte ich die gerne spielen, möchte ich jetzt oh, da will ich schon jetzt, ey, die bekommen ja, du musstest aber den ersten drei Sekunden nach dem Flowsgate machen ach ja stimmt wir sollten, wenn wir die 15. Runde geholt haben einfach alle direkt am Spawn runterspringen Lass es wirklich gleich mal machen aber so, aber schon so ein bisschen also nicht sofort einfach runterspringen sondern vielleicht in einer Reihe aufstellen und dann runterspringen ja genau, oder einfach zu Sparkles checken oder so wofür ach stopp die Bombe, nein, warum wo da kommt noch einer die Jungs versuchen sich jetzt ganz schön anzusprechen ja oh, bringt noch nicht so, klar die Joken halt hart rein, ne wie der, wie der eine Typ auch einfach nie gekommen, äh gar nicht gekommen ist, ne ich hab so gewartet, er ist er kommt, dann hol ich den rechts und dann er, er kommt einfach nicht so Rampen hochraschen Bombe mitnehmen, Bombe nicht mitnehmen nicht mitnehmen, dropp die mal hier einfach auf das Dingsdruck na ich weiß sicher, die braucht keiner den Mist weil sie sind halt die krassesten, ne einfach diese Leiter hier hochraschen raffen die halt nie die raffen gar nichts so, schon wieder den ihr scheiß Problem keine Ahnung, wo die stehen immer, aber warte Leute, Leute, blau, komm mal her wo ist denn hin? ich zieh mal hier hin na, guck drüber, na, wäsch nicht so rum keine Ahnung ach ne, geht nicht, wir brauchen noch einen na, aber auf der anderen Seite hast du noch dieses Ding stehen so, jetzt gehen wir drauf, auf der, von dort ähm, ja warte ich, sowas ist gerade nein, ich flieg runter ne, ne, klappt nicht ach so, Skybox oder was naja ich stehe unten bei der Bombe mach unsitz ach der eine muss slow sein ich hab ne Ahnung ich seh halt nur den Kopf und, ich seh einfach nur den Kopf und geb ihm 28 und 3 so, genau 82 Zoll Launcher Kick nice super, aber ich steh unten bei der Bombe nur noch also wenn sie bei der, direkt bei der Bombe stehen sollten sie schon längst über die Ballen sein eigentlich nice er hat eurer vor die Winkel keine Ahnung wie viel schon, wie viele schon diese Map gesuchtet haben sie kennen einfach alle Winkel oder so na, wollen wir jetzt mal gewinnen, oder? ja ok, ich hol die Runde mit Taser ich hol die Runde jetzt mit Taser und PayPastor ist da jetzt so ein Ernst, der, der gewinnen will, wird gekickt ok, sorry, dann hol ich die Runde und sag ich mit, äh, mit CZ mit Taser ok, dann machen wir naja, die eine Runde sollten wir jetzt noch ein bisschen machen ja, die eine Runde mit CZ Taser halt, wie gesagt wird einfach ne easy Runde Glück gehabt, ganz oder was? pff, ich kann Taser ne, du bist gar nicht in der Migrant zu dippen ich seh dir das zu schauen ok bist du zu den Furschen gerufen? als auch mal, er hat 4 HP gehabt oh, er ist tot, er ist tot er ist tot hab ich halt in der scheiß Molotov kacke 1 HP natürlich, genau hmmm da kommt jetzt einer, Ronny ok, was, alle tot? nee ne, irgendwie, die sind doch immer alles tot ich hab F3 getötet, ich hab mich tot geschenkt yeah scheiße, F3 ist der Autokau ja, ich hab grad Evo-Laber bekommen oder so ja, einfach abschneiden, alles was komisch aussieht ja, einfach abschneiden, alles was komisch aussieht oh, eric ich komm schon von hinten F3 F3 ach, die CZ ist doch scheiße einer ist da ok, sorry oh, einer unten ich hab das nicht gelesen so, klar so, sollen wir mal eine vernünftige Eko machen und dann die Rolle holen Scheißdrechte alles klar nö, was wir machen nicht Jens, Alba du bist nämlich der Ocean Plus, MG sorry ich mach ne Eko und dann noch, danach hole ich die Runde ja, dann lass die Eko die Rampe hochgehen Rampe hoch, mit Eko ich hätte nichts dagegen, wenn ich absteige das ist kein Problem das ist scheinbar das ist scheinbar eher eine A-Spot keine Leute ja nope, no 70 und 2 von hinten, eric ich hab sie halt nicht mal gesehen ja, er du rennst halt einfach die Rampe hoch und guckst dich nach, eric der machst du nicht boah und ihr habt keinen Bock mehr, ja? nnn nicht so richtig doch, doch 130% Motivation du auch nicht so richtig, oder? ja, kein Anfall das ist eine Motivation 5, 10% ja, dann ich hab trotzdem noch 500% dafür und ich will jetzt die Runde jetzt kommst du mit bei mir? ja, geht mal alle B ok, dann gehen wir ich halt nicht rampe hoch und ihr hast die Bombe nice schön ich merke, wie motiviert ihr seid gebell gebell ja, der hat angefangen danke alles er ist runtergesprungen gut runtergesprungen ist ja, ich hab ne ALT ich bin einfach mal rumgefahren ich bin einfach mal rumgefahren ich weiß er ist tot ne echt ja er hat wieder Zuckungen wer ist tot? ich guck mal jetzt hat er keinen Zuckungen mehr Abzuckungen Abzuckungen mhm, der letzte er hat keinen Zuckungen mehr bei mir er ist kein Ding er ist jetzt dieses Neck ok kann man überball bringen das ist ein Schluss-Dash sollen wir jetzt einfach mal alle hier unten warten? die sind niddy doch ne, jetzt wollten wir eigentlich alle mal runter springen ne, das ist ne ok aber wartet einen Moment Lass mal mit Run boosten äh, noch was? warte mal ich wollte mich grad im Nosecop in der Luft holen n n ne, Schluss jetzt hoch ne, dass die jetzt ein Dwar machen oder so lass die Rampe hoch machen und gut ist Bombe mitnehmen fertig das soll nein, Mann jetzt bist du das Wahnsinn ne, wir müssen das jetzt machen das ist so gut das ist so gut geben Wacke zu verlieren das sind keine Smurfs fühl halt zu hart aus dem Main was geht ach komm wenn wir die Wacke zu hoch denn das ist so gut ok wenn wir die Wacke weg sind weißt du schon mal Komm, mach doch. Verliert doch die Runde, lieber. Ach, du darfst. Ich weiß nicht, dass du stirbst. So, so geht's auch. Das ist, äh, und, und up rank. Echt? Hast du einen willkommen? Ja, und ich bin ja vor uns gerade der erste Downrank. In dem Scheiß, in der Scheißwunder, echt jetzt? Ja. Machen wir noch eins. Wer ist denn das? Ah, eine könnte ich noch. Oh, echt jetzt. Eine könnte ich noch machen. Aufregend, die Kunden. Also, ihr könnt ja spielen nicht auf jeden Fall machen. Ja, spielen. Du bist das Kackspiel. Ja, kannst du an Kevin freuen. Ah, na gut, da hörst du auf. Ich wollt down ranken, nicht up ranken. Leben nicht. Äh, Ronny? Ronny, ich hab doch hier ne Dings, dieses Premium-Ket, äh, Dings gekauft, ne? So bin erst mal raus, meine Freunde. Ey, Robert. Ich hab das mir so ein Premium-Dings geholt. Was denkst du, was ich bekommen hab? Ich hab das mal raus. Ich hab das.. Oh, das ist ja so sag. Ich hab das頭 mit dir an. Aber es gibt auch diese Kriterien nicht nur noch nicht nur den Ort. Ich hab das Lieren. Ab was ум.